Hier kommen auch noch Leute. Ich muss ja ein bisschen gesplittert machen. Ich krieg sie nicht alle rein. Wir fallen auf, verloren. Alle sind die Leute dabei. Unser kleiner Finner auch. Ein guter Junge fällt, ein bisschen wenig auf die Brust. Mit so ein paar Pfunde mehr drauf haben. Die haben ja auch noch die kleinen oder jüngeren Leute. Allerlei am Boden her heute, ne? Ja. Da kommen noch Leute hin. Oh, mit kurzen Hosen. Da sind die ganz herten hier. Mit kurzen Hosen jetzt. Jetzt geht das los hier. Und ich sehe sie schon wieder frei. Da haben sie die Krippe. Spaß muss sein und nichts anderes. Mal sehen, ob ich unseren... Ist der schon? Ist der Neue schon durch? Wisst ihr das? Ich muss so ein bisschen rangehen. Ich kann gar nicht richtig was sehen. Hier sind eben kurze Hose und nichts anderes. Da gibt es gar keine Diskussion über... Ja klar, logisch. Kurze Hose und oben Schal um. So muss das sein. Und Handschuhe. Oh, hat aber ne ganze Kompanie heute zur Verfügung hier. Alle fit, wa? Ich kann die Leute nicht alle erkennen. Ich weiß nicht, ob alle fit sind, ob Kittel dabei ist. Ich kann keinen erkennen. Moin! Oh, ne! Oh, ne! Oh, ne! Oh, ne! Oh, der Kapitän er hochangetogen! Oh, jetzt kommt Jonas da. Bis hin, bis hin. Ja, so will ich jetzt da aus. Was ist Robert? Ja, das ist Robert. Robert, 10.5 an! So, alles gut, haben wir ein paar Videos gemerkt. Oder nachher fiel der einen oder anderen. Alles gut, alles klar, nur der HSV. Also jetzt ist keine Zeit mehr. Guckt euch das an hier. Aber Kirill habe ich nicht gesehen. Ich glaube, der ist wohl in der Wüste geblieben. Oder was weiß ich wo. Aber wie gesagt, Sonny, er muss ja wissen, was er macht. Alles klar, nur der HSV und nichts anderes. Auf einzelne Personen können wir keine Rücksicht.